So, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe jetzt den Baum nochmal gedreht und es ist ein bisschen mehr Platz. Da oben ist jetzt so ein Eingang. Ich hoffe, dass es das jetzt kommt. Es geht jetzt mal mit Danke. So, ja genau, Danke. Hier wollte ich hin. So, jetzt müssen wir nämlich einmal gegen diese Stütze hier schlagen. Man konnte hier doch gegenschlagen, oder? Ja, brauchen wir das so. Jetzt landet da nämlich der Teddybär. Das Buch ist auch noch wichtig. Die zünden wir an. Darf ich noch gar nicht dazu? So, genau. Jetzt können wir hier nämlich nochmal die Kiste holen. Wir kriegen einen Schutzengel. Das erhöht die Verteidigung eines Mitglieds um eins. Ähm, untersuchen das Bild. Wir tauchen ab. Hm, ich habe keine Chance, ob wir jetzt rauskommen. Ach, wie der hier? Ah, okay. So, dann müssen wir... Oder ist das wieder so extra... Hm? Was wollt ihr? Du willst die Portion? Wieso willst du eine Lexierung mir haben, mein Freund? Äh? Warte mal. Ich mache das einfach mal. In der Hoffnung, dass ich vielleicht in... Ähm... Warte mal. Dich tausche ich. In der Truhe gegen eine Portion. Dich tausche ich gegen ein Elixier. Warte, was war's denn? Bist du weggeknickt? Ja. Oh, wow. Nein. I'm sorry. Ah. Ach so, sorry für eine kurze Unterbrechung. Vater wollte was. Ähm. Was wollte ich jetzt? Ja, genau. Der hat mir jetzt was Neues gegeben. Was wolltest du? Du wolltest ein Elixier geben wir dir. Bitte sehr. Damit geht's. Was? Oh, ein Nitriererz. Okay, das hat es nicht gelohnt. Oh, da liegt noch was. Eine Hype-Potion. Und Geld. Ja, doch. Nice trade. Nice trade. So. Ah, hier wollen wir ja nicht weiter rein. Buh, 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 buh. Das sind nur so eigentlich meine Zocker-Probleme. Zocker, oder? Das sind meine Zocker-Probleme. Aber guckt euch den Jason Charlie an. Erstmal für die Kamera. Und wenn ich gerade sage, für das Mikrofon. Ey, und warte, warte, warte. Hier. Denk, lass das so weit weg. Denk, lass das so weit weg. Ja, genau. Neues Mikrofon, Vivian. Vivian. Oh, oh, oh. Serious business. Ja. Vivian? Serious. Okay. Ja. Deep shit und so. Ja, ich merk schon. So. Echt, Indi? Ist denn wirklich nur Leute so, wenn irgendwer scheißen sauer auf mich ist, oder wer denn bei der Arbeit ist? Nein, ich bin ja nicht scheißen sauer auf dich. Ich hab gerade nur per Skype geschrieben. Und alle meine Wut von vorhin ist jetzt gerade wieder hochgekommen, deswegen hab ich das gerade an deinen Namen ausgerutscht. Vivian. Griez war Gänsehaut, ey. Warum müsst ihr alle meinen echten Namen sagen? Richtig, Scary. Mein Name wird jetzt auch immer... Also, wenn jemand meinen Namen sagt, dann krieg ich auch immer so ein R. Und deswegen werde ich in letzter Zeit immer nur Jana genommen. Jana. Etwas steckt zwischen den Seiten. Mitri Ernst. Ja, das klebt auch eben dazwischen. So, bewegen. Bewegen. Ha-ha! Faszinierend. Ja. Ja. Dead Cola. Ebenne Zauke. Cooler Trinkzauke. Was tun wir denn wo gerade? Ich hab ja mehr Bock auf D3 jetzt. Ich dachte, du wolltest Skyrim zocken. Papa. Ja, das auch. Nee, ich will D3 zocken. Und wo lande ich jetzt? Oh, hier oben. Das ist ja nice. Gummi-Welpen? Ah, Eroga-Gummi. Doch, Gummi-Welpen. Das sind... Nein, das sind Flügel. Ah, komme ich da irgendwie hin? Ich glaube nicht mehr. Rai-Rai. Da brauche ich später erst einen höheren Sprung. Dann hat das Ganze nicht hinten. Und der Tisch ist, glaube ich, zu weit entfernt, oder? Ah, D3-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai. Und da gehen wir nochmal als Traverse. Ui. Du so Rai-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai-Rai. Aber das tue ich nicht. Wir reisen nach Wöbel. Was war wo? O war unten. Und D war an der Seite. Ich habe schlafen, schlafen wir schon. O war unten. Ich will die Welpen nicht spoilern. Deswegen helfe ich dir, das Ganze ein bisschen abzukürzen. Das war doch irgendwo. So eine Karte oder so. Oder auch nicht. Weck mich weg. Dann sind sie mit mir schlafen. Nimm dir doch einfach das Lösungsbund. Und schämen es nur auf dem Film. Die Karte. Such nach der Karte, wo finde ich die Charaktere nicht. Hä? Ich meine, sie sucht nach der Karte, aber findet sie nicht, weil sie die Charaktere doch glädert. Und ich kann gerade nicht schießen. Das ist ein Niveau. Riggle, 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 Riggle. Du bist ein Riggle, Riggle. Nein, kein Riggle, Riggle. Oh nein, ich kriegst in die Mom. Alter, ich will mehr Waffen an meinen Gummi-Jet. Meine Fresse. Bin mir wach. Oh mein Gott. Ah, das macht Sinn. Ah, nee, ich verstehe. Jetzt kann man dich vielleicht ehrlich mal hören, wenn du zwei Zentimeter vom Mikro sitzt. Oh, das sind ja Steine. Ich hab kurz weggeguckt. Ich will da nicht hin. Hä? Es ist unbedingt langweilig da. Es ist nicht langweilig, die Gegensatz sind einfach nur scheiße. Nein, das ist generell nervig, die Welt. Ich hasse diese Welt. Ariman. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Energie, 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 Geschwugg-Schrub, Schrupp. Piu, 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 Piu. Oh, das geschwindet werden wir dabei. Ne, das muss man einbauen. Oh, oh, oh. Deswegen, anfangs ist das mit dem Gummi-Jet noch so ein bisschen schleppen. H-Wierse-Mitty. Du, so Riggle, Riggle. Oh mein Gott. So. Darf ich mich bewegen? Ach so, ist voll schlimm. Wäre voll koscher. Oh, mit Cola kann man immer so gut rülpsen. Oh mein Gott. So, einkaufen! Ich sterbe. Jo. So, warte mal. Hanno, was willst du? Einkaufen. Was kann ich für dich tun? So. So. Wir sorgen für Goofy, weil ich will ihn nicht in den Kampfstab nehmen, weil ich glaube, dass... Oder? Welchen geben wir Goofy? Mehr Angriff oder mehr Verteidigung? Eher mehr Angriff, oder? Alleine weil mehr Angriff war. Alleine weil wir das Ability jetzt genommen haben, dass er mehr auf... Meinst du wegen Kugeln? Okay. Damit er wenigstens wieder ausleihen kann. Nana denkt mit. Gefällt mir. Kann ich was verkaufen? Manchmal muss man denken. Gibt es irgendwas, was ich verkaufen könnte oder sollte? Will ich auch nicht. So. Dann... Rüsten wir aus. Ähm... Erstmal möchte ich hier den Flammenwall ausrüsten. Und Donut die Protestkette geben. Goofy hat nichts. Ah doch halt jetzt. Der kriegt jetzt statt ein Ritterschild. Das ist der Ritterschild. Und das ist der Bugler. Der ist zwar klein, aber er hat eine größere Anrüstkraft, die steigt um zwei. Ability ist irgendwas. Was? Oh! Er hat zwei! Mensch! Ausrüsten! So. Jetzt hat sich meine Theorie wieder in Luft aufgelöst. Naja egal. So. Warte mal. Schutzengel. Wer könnte mal Abwehrkraft gebrauchen? Ich pack das immer auf Sora. Ich würde das nur ein bisschen so vorteilhaft machen. Aber das war alleine weil Sora... Ich finde, Sora braucht das. Gut. Jetzt ist Abwehrkraft. Du musst dich ja schützen und nicht Donut und Hufy. Ich will mal kurz gucken. Ability... Sora... Ne, wo war das nochmal? Die Ball. Da, genau. Mal sehen. Wie fährt denn jetzt? Abwehrkraft 9, 8 und 11. Okay. Hm. Klingt nach dem Plan. Okay. So. Wo ist... Der wird eigentlich nicht mehr herkommen. Wobei, vielleicht können wir ja noch bei Sad irgendwie was kaufen, aber... Oh, ihr habt ein Po. Kommt drauf an, was er hat. Weil... Nix. Ey, ich frag mich ja gut, schau dich aus. So, zeig mir hier. Protest, Feuer, Eis, Blitz und Fleißring. Maximum Abhilfe, Stein gering für mich. Ah. Ich will dir aber auch nicht die Sachen hier kaufen, weil das sind gar nicht so tolle Sachen. Hey, wieso nimmst du mich einfach mal mit Protestcredit, weil die am wenigsten kostet und hat Goofy auch was? Stimmt. Bitte. Gut, dann kaufen wir das für Goofy. So. Ausrüstung. Bang. 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 So. Und dann würde ich mal sagen, wir speichern für heute. Und... Doch, ich glaube wir haben jetzt so 5-6 Parts aufgenommen. Das müsst ihr jetzt erstmal hinhauen. Und... Ja. Dann würde ich sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Und... Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und... Ja. Möchte ich noch was sagen, Anida? Bis denne und klicks klicks. Halt die Schnauze. Tschö Leute. Tschö. 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 Tschö.